Die Erfolgsgeschichte der zwei wichtigsten deutschen Pharmaunternehmen wird von nun an gemeinsam geschrieben. Dann wären wir heute soweit. Blank hat's geschafft. Gut. Ich schätze Ihre Arbeit sehr, Blank. Und deswegen sind Sie heute hier. Eine weitere Fusion. Helfen Sie mir. Hat länger gedauert. Tut mir leid. Sie haben gewonnen, Blank. Und ich habe verloren. Blank. Können Sie mir sagen, wo zum Geier ich hier gelandet bin? Was haben Sie eigentlich im Wald gesucht? Bäume ziehen mich an. Der Wald beruhigt mich. Ich will das alles nicht mehr, Herr Eli. Ich fühle mich, als wäre ich aus einem Koma erwarten. Na dann. Willkommen im Leben. Hast du früher viel gekifft? Nee, nicht so. Und andere Sachen? Ihr werdet heute auf eine Reise gehen, die schon die Azteken den Königspfad der Leuchtturm nannten. Oh, dass hier irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe Symptome. Ich habe meine Hemmsstelle verloren. Ich mache Dinge, die ich früher niemals in meinem Leben getan hätte. So ein Pilz holt doch nur das hervor, was sowieso schon hinde steckt. Ich habe es wertlos noch nie gesehen. In ihren Augen. Was verdammt nochmal ist los mit dir? Ich bin nicht mehr bei mir. Ich habe mich verloren. Und ist das was, was du mir bisher noch nicht erzählt hast? Ich mache da nicht mehr mit. Das werden sie müssen. Eine Sache muss ich noch erledigen, gehst du mir. Ich hatte einmal das Gefühl, er hätte dich verstanden. Was verstanden? Alles. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020